Zolder, Station Nummer 6 der FIA ETRC 2019. Jochen Hahn ist nicht zu stoppen, baut seine Serie der Pole Positions aus. Die neunte in Folge für den dominierenden deutschen Rennfahrer. Neben ihm sein ärgster Verfolger Antonio Albacete, 500st langsamer als Jochen Hahn. Und Adam Lazko auf Rang 3 hofft auf ein ganz spezielles Podium. Der Old-Style-Rennkurs in Belgien gehört seit Jahren zum Rennkalender dazu, ist exakt 4 Kilometer lang. Der Start zu Rennen 1 onward mit Lazko Hahn, bekommt die Power seines Trucks nicht auf den Asphalt, wird von Lazko attackiert. Albacete rascht vorbei und übernimmt die führende Position. In Runde 1 Albacete, der Spanier vorne, dahinter Hahn und Lazko. Und in der Mitte des Feldes, Dave Jenkins im Attacke-Modus. Der Brite schickt hier seinen Landsmann Oli Jaynes im Frightliner mit der 22 in der Schikane mal kurz nach außen. Runde 10 bereits, Kurve 1. Jochen Hahn kann Albacete überholen. Der Spanier zuvor im Pech wurde vom zu überrundenden Orsini ein bisschen behindert. Deshalb Hahn, also dran und vorbei am Spanier. Die nächste Runde on board von Norbert Kiss auf Position 5 zeigt in einiger Entfernung, wie Steffi Halm an René Reinhardt vorbeigeht und sich Rang 6 holt. Nach zwölf Runden die Zielflagge für Jochen Hahn, sein zehnter Sieg in dieser Saison. Es scheint, als könne ihn niemand schlagen. Zweiter wird Albacete, dritter Adam Lazko. Applaus für den Champion von 2018 und wahrscheinlich auch den Champion von 2019. Pullsetter in Rennen 2, Terry Gibbon. Wir fahren mit bei Antonio Albacete, der zeigt, dass ab Reihe 5 fast alle Trucks irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Jenkins, Jaynes und Rodriguez mittendrin. Erwin Kleinagelfort mit der 15, muss auch durchs Kiesbett. Und Fabio Cittignola, der junge Deutsche im Mercedes mit der 24, knallt in Jenkins rein. Bei Cittignola bricht eine Spurstange, deshalb also rote Flagge. Beim nächsten Startversuch kommt es in Runde 1 zu einem Unfall zwischen Orsini und Kleinagelfort. Und deshalb funktioniert erst Start Nummer 3, den wir hier sehen. Zehn Runden sind zu fahren. Albacete auf Position 4 vor Lazko, Hahn und Kusim. Dann in Runde 3 die Top 8, weniger als 4 Sekunden auseinander. Reinhardt, Halm, Kiss, Albacete, Lazko, Hahn, Kusim und Lenz. Wenig Überholmanöver, das karierte Tuch. Dann für René Reinhardt als Erster holt sich den dritten EDRC-Sieg in dieser Saison. Dahinter Halm und Kiss, die das Podium kompletieren. Rennen 3 am Sonntag. Die Startausstellung Erster, wer sonst? Jochen Hahn, eine Zehntelsekunde schneller als Adam Lazko. Die dritte Position geht an den Ungarn Norbert Kiss. Knapp 15.000 Zuschauer sind dabei, sind vor Ort bei bestem Spätsommerwetter. Der Start zu Rennen 3. Onboard mit André Kosim auf Position 6, wird von René Reinhardt unsanft angeschoben. Dann der Sprung ans Heck von Antonio Albacete auf Rang 5. Reinhardt hinter dem Spanier auf Rang 6. Einiges los an der Rennstrecke. Nochmal die Onboard-Perspektive. Diesmal von André Kosim kämpft hier mit Antonio Albacete um die 5. Position und zwar in Runde 8. Der junge Deutsche kürzt zwar ab, aber Antonio Albacete hatte ihn vorher von der Strecke gedrängt. Deshalb keine Konsequenz für beide. Runde 10. Sascha Lenz gegen Reinhardt im Kampf um Platz 7. Lenz leicht im Kies zuerst rechts, dann links. Simba, so heißt der Lenzsche Racetrack, gräht sich ein. Das Aus für den Deutschen. Und die Zielflagge anschließend für Jochen Hahn. Saisonsieg Nummer 11. Adam Lazko auf Rang 2. Und dann Norbert Kiss. Beide rund 8 Sekunden zurück. Rennen 4 im Reverse-Grid-Modus wie tags zuvor auch. Dieses Mal Jamie Anderson mit der 7 auf der Pole. Zweiter René Reinhardt in seinem Iveco. Die Zuschauer also gespannt. Der Start. Jamie Anderson in Führung. Daneben René Reinhardt in seinem blauen Truck mit der Startnummer 77. Aber Antonio Albacete übernimmt dann frühzeitig Position 2, während Reinhardt auf die 4 zurückfällt. Kursim geht hier vorbei, platziert sich auf Position 3. In Runde 1. Onboard bei Adam Lazko auf Position 6. Hinter Norbert Kiss. Der Tscheche kracht ins Heck von Kiss. Eine Bremsscheibe ist bei ihm kaputt gegangen. Da kriegst du keine 5,5 Tonnen gestoppt. Onboard bei Albacete attackiert Jamie Anderson vor ihm, will die Führung und überholt den Briten in Runde 5. Und Jamie Anderson wird in der Folge auf den nächsten 800 Metern von 5 weiteren Trucks überholt, fällt zurück auf Rang 7. José Rodríguez, der Portugiese hier in der Boxengasse mit technischen Problemen, tritt nicht etwa seine Drive-Thru an wegen Frühstarts. Antonio Albacete gewinnt am Ende, holt sich seinen zweiten Saisonsieg, verteidigt Rang 2 in der Gesamtwertung. Sein Rückstand auf Jochen Hahn, allerdings schon 85 Punkte. Applaus für die drei erstplatzierten Antonio Albacete, Andrej Kursim, René Reinhardt. Weiter geht's in zwei Wochen in Le Mans. HochtochUL observungsvolle purple Kursim. Zurückzent im Beine. Der Tuchowkehr.